Nordrhein-Westfalen 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 Einmal zum Tanken Österreich vielleicht Schärfe ist ja noch ein bisschen total Das sind wieder Bedingungen Die Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen So die kleinen Busse hatten sie auch immer in der Ukraine Genau Die Klarker mit der Busse So So Geradeaus Ein zweifaches Salem-Alaiko In 300 Metern Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen In die Kaiser-Franz-Joseph-Straße 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 Man Den Kreisverkehr an der erste Ausfahrt verlassen Der Marksverkehr Der Marksverkehr Dickenz- Staat Den Bede Im 8 Baden Nordrhein-Westfalen Da Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. 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 Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Zahle aber reinkommen. Sechsfacher Hinsicht. Rechte Seite. Rechte Seite. Wo ist jetzt? Rechte Seite. Rechte Wechsel wechseln. Rechte Seite. Rechte Seite. In 600 bitern links abbiegen. Rechte Headpoint. Rechte Seite. Oh ja. Jetzt gibt es der 10. In 300 Metern links abbiegen, in die Rotkreuzstraße. Die Bicke. Gleich erstmal geradeaus. Was ist das? Zweifache Hinsicht. Autofahrer. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Stopp. Da, hin. In 800 Metern rechts abbiegen. In 500 Metern. In 500 Metern. In 500 Metern. Oh, jetzt sind es immer schön kälber gefahren. Das kann man super gut erkennen. Hier sind so versteckte graue Kästen. In 300 Metern. In 500 Metern. In 500 Metern. Am Ende der Strasse rechts abbiegen. In 500 Metern. In 500 Metern. Die Strasse. In 400 Metern. In 500 Metern. Jetzt rechts abbiegen. Ja, das ist gut. Das ist die Radio-Tase. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Das ist so weit, ich kann fahren. In 500 Metern den Kreisverkehr an der 2. Austart verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der 2. Austart verlassen in die Rheinstraße. Wir haben den 2. Einmal Hamburg zurückgeholt in Deutschland. Den Kreisverkehr an der 2. Austart verlassen. Fröhliches Grüß Gott. Zweiter Ausflug. 3 Kilometer der Strasse. 2 Kilometer der Strasse. Untertitelung des ZDF, 2020